Ruhig noch mehr. Harz. Der Harz. War das da hinten? Einhorn finde ich nicht. Und irgendwas mit Öte am Ende war. Schildkröte. Ach, Schildkröte. Ich hab nur Öte gehört. Schildkröte, Harz, Pflaster, Einhorn. Eins noch. Neun Euro Ticket. Neun Euro Ticket. Neun Euro Ticket, okay. Gut, alles schöne weihnachtliche Themen. Finde ich gute. Reicht, ne? Okay, dann brauchen wir noch mehr Musikrichtung in der Stadt. Tango, hab ich hier gehört. Ich hab Hip-Hop gehört. Apotheken ist hier keine Musikrichtung. Apotheken ist hier keine Musikrichtung. Apotheken ist hier noch immer rein. Apotheken Tango. Apotheken Tango. Ich hab Hip-Hop verstanden. Okay, mach mal einen Tango-Hip-Hop. Tango-Hip-Hop. Ich weiß nicht, ob die Welt das braucht. Ist ja auch wieder vorbei. Kann das ja auch verwerfen, ne? Richtig. Schau. Machen wir jetzt wirklich Tango, Hip-Hop? Ich weiß es nicht. Die Büchse der Pandora habt ihr geöffnet. Ja, alles klar, wir fangen mal an. Eins, zwei, drei. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Es war aber eine schöne Brüte, die fliegt im Blockflöte und sie übte ein Weihnachtslied. Da fragte sie sich, wo gibt es hier Verwandte? Wen hab ich eigentlich aus der Verwandtschaft blieb? Oh, da sagten sie, ah ja, das war's. Ich hab Verwandte, doch im Harz. Da fahr ich hin, doch wenn ich dahin gehe, ist Weihnachten vorbei. Weil sie so langsam fahr, mochte sie nicht gehen. Und trotzdem wollte sie die Verwandten sehen. Oh, doch wie wär's, das wäre doch blind. Gäbe es jetzt zu Weihnachten nochmal das 9 Euro-Dikett. Oh, ja, sie könnte einfach in den Harz fahren. Oh, ja, sie könnte einfach in den Harz fahren. Sie könnte sich leißen, sie müssen nicht wenig beißen. Nein, sie könnte einfach fahren. Oh, Mann, das waren doch voll mit Zacken damals mit dem Ticket. Alle, 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 alle voll fahren. Oh, Mann, das war ne dolle Zeit. Hoffentlich werden wir das noch mal nachdenken. Oh, Mann, das war ne dolle Zeit. Angeritten, sah ich Schildkröte. Da geht kein Betritten. Nee, sie sagt, du Schildkröte. Komm mit, ich leh mich auf die Rücken. Ich werd mit Bücken. Kannst du aufsteigen und zusammen werden wir treiben. Zur nächsten Apotheke. Oh, und da bestellst du an der Theke. Einfaches Laster. Doch das Basta, wen wir tun. Das ist dann wieder gut. Ja, Mann, das ist dann wieder gut. Ich schildkröte, ich bin ein Monsterau. Ja, Mann. Und das Einhorn flog mit der Kröte. Die war, die war, die war, die war. Die Kröte war direkt zeitig zu heilen. War die Zeit noch nicht zu. Ja, 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 ja.